Herzlich willkommen zu deiner Folge Feed the Beast. Warum lachst du? Hast du wieder was vergessen? Ich hab nichts vergessen. Wieso wieder? Wieso vergessen? Wieso wieder? Moment. Ich hab auch keine Ahnung. Noch eine Folge Feed the Beast mit Hadi Blum, mit Fuhmannschuh und Fischhoff. Hallo. Hallo. Ihr seht schon, ich bin sehr ernst. Guck mal, aua. Der Fuh hat hier irgendwie, ich hab mich eben gut erschrocken, nö. Der hat hier angefangen. Oh, Quatsch, super. Ja, ich weiß auch nicht so genau, was das wird, wenn es fertig ist. Ich wollte eigentlich nur eine kleine Brücke bauen und jetzt ist es irgendwie doch so ein Riesenteil geworden. Jetzt müssen wir halt zum Weizen abernten hier einmal durchgehen, deswegen ist hier so ein Durchgang in der Mitte. Und ich glaube, ich mach einfach hier nochmal ein Stück. Ne, dann passt es nicht mehr. Und da drüben kommt jetzt, da baue ich jetzt die Baumfarm hin oder bereite die zumindest vor. Da können wir das gleich zusammen uns angucken, wie das funktioniert. So, ja, das ist nicht so optimal, aber es ist süß. Ich find's ganz cool eigentlich. Ich find's süß. Ich find's cool. Ich find cool viel besser als süß. Du bist ja auch ein Junge. Echt so, ne? Man mag das nicht. Aber dann hab ich mich mal da, dann hab ich mich zurückgehalten. So, was wollte ich eigentlich machen? Ach ja, ich wollte mich vor dem Regen schützen. Und ich wollte endlich mal die scheiße Curry fertig machen und dafür brauch ich, äh, Zeug. Und deswegen muss ich jetzt Pauxid hier rein tun. Und ich hoffe, dass als Nebenprodukt Titanium das draus kommt. Wir haben es nicht getestet. Wir haben es nicht getestet, ganz genau. Normalerweise sind wir hier top vorbereitet. Top. Alles vorher schon einmal ausprobiert. Oh, dieser fucking Regen. Und... Ist das jetzt so doof, weil... Nee, nee, nee. Hier Quarry, Diamond Drill, Titanium Plate. Das will ich machen. Das will ich machen. Hier sind die Kisten weg. Die hat nämlich die Honeyblum, das zeige ich jetzt auch mal zwischendurch. Oh ja, Moment, ich komm mal aufgucken. Aber ich hab doch noch gar nichts gemacht. Sollen wir noch mal gucken? Honey hat hier Kisten gebaut und hier zwei Iron Chests. Honey. Honeyblum. Ich finde aber übrigens, eine Iron Chests sollte oben bleiben. Obwohl, jetzt ist auch egal. Ja, es kommt ja dann eine wieder hoch, weil du hast dich ja beschwert. Und dann hab ich gesagt, na gut. Naja, im Moment sind ja die Maschinen noch hier oben, ne? Ja, ist ja gut. So, hier kam noch kein Beiprodukt dabei raus. Sag mal, wo, wo, was, hier, da kommt... Nee, egal. So, Keller. Oh, jetzt fehlt uns. Oh, das gibt's doch gar nicht. Was brauchst du? Vielleicht hab ich's grad am Mann. Ah, nee, hab schon. Bauxit hier rein. Jetzt wollte ich mich mal nützlich machen. Tja. Leute, oh nein. Was ist denn jetzt schon wieder? What's the problem? Ich brauche... Ja? Ich glaube, das Ding geht gar nicht mit Strom ganz normal. Das braucht Batterien oder so. Ich kann nicht rechnen. Wir haben Batterien und die kannst du einfach laden. Also, wenn das mit den RE-Batterien geht... Ja, ich probier das mal. Probier mal. Haben wir Knochen? Kann ich die in die Backbox tun, ja, ne? Ja, genau. Die müssen in die Backbox rein. Da gehören die auch hin. Dann laden die. Brauchen wir eigentlich die zweite Backbox, ne? Ja, dann haben wir... Ja, wir haben ja noch keine größere Batterie. Deswegen ist es nicht schlecht, zwei zu haben. Da können zwei Leute gleichzeitig gehen. Aber der eine Generator hier könnte eigentlich weg, theoretisch. Der könnte theoretisch weg, ja. Ich teste mal, ob das geht mit der Range. Das sollte funktionieren. Es sei denn, dass du wieder irgendwas falsch gemacht hast. Das sagst du so. Sollte ja letztes Mal auch schon funktionieren. Ja, das weiß ich auch nicht, warum das nicht ging. Kaputt. Ich, äh, ich geh einfach rein da. Ich kann die nicht abbauen. Ich gucke einfach rein. Schreibt das in die Kommentare. Ich, äh, bin grad zu faulacht. Bitte in die Kommentare. Was müssen wir machen, damit wir das abbauen können? Das finde ich kacke Arsch. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab ne Überraschung. Ich hab ne Überraschung. Was denn? Wo denn? Was denn? Ich will ne Überraschung. Was denn? Äh, warte, warte da. Oh, je, meins, 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 meins. Und da, mein. Geil. Gott, ich fasse es nicht. Ich auch nicht. Boah, endlich. Oh, der ist aber klein. Den hab ich selber gemacht. Ja, ich weiß. Jetzt mach die Hose wieder zu, Fischkopf. Hauptsache, man kann endlich mal sagen. Was hast du gerade gesagt? Das übergeht da einfach. Was hast du gerade gesagt? Weil du gesagt hast, der ist so klein. Ist egal. Nicht so wichtig, war schlecht, wie immer. Oh, oh. Carpenter, oh, das könnte ich mir mal nie nachdenken. Oh, oh. Ähm. Was denn? Industrial Electrolyzer geht immer noch nicht. Warte, ich komm gleich mal gucken. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Sturdi? Ich dreh gleich durch. Ich dreh gleich so. Receives can consume, you can electrolyze water cells. Und selber was reinmachen, wie Kohle oder sowas, geht auch nicht. Na ja, ganz links, das sieht für mich danach aus, als wenn er eine Batterie haben will. Und das meine ich auch gesehen zu haben in der Wiki. Kannst du anmachen oder ausmachen irgendwie, genau. Wie denn? Hm, draufklicken auf den Pfeil, dann kannst du den aktivieren oder nicht. Ich hab keine Ahnung. Warte mal, Recipes. Empty cell und water. Geht das doch nur mit Wasser oder was? Oh, du brauchst ein MFI dafür. Du kannst den anschließen, aber wir brauchen eine größere Batterie. Aber da ist dann geschlossen hier. Ja, aber an eine Bettbox, die ist nicht stark genug. Die puttet nicht genug Power out. Da kommt nicht genug Dings. Genau, du darfst einmal ein MFI bauen. Ein Tipp. Kurz für Hanni und die Leute, die es nicht wissen. Es gibt da drei Stufen, oder sogar vier Stufen des Stroms. Niedrigvolt, Mittel- und Starkstrom. Aus der Bettbox kommt nur das Niedrigzeug raus. Und dieses Teil, was du da gebaut hast, das braucht offensichtlich den mittelstarken Strom. Ich mittlerweile glaube ich einfach nicht daran, dass es das richtige Teil ist, was ich gebaut habe. Das kann auch sein. Also es steht zwar da drin in der fucking Wiki. Aber die fucking Wiki. Ich kann nicht mehr laufen. Ich kann so nicht arbeiten. Ich gehe bald auf. Es kann doch nicht sein. Oh nein, ich brauche acht Bronzebarren. Ich mache jetzt was anderes. Juhu, unsere Welt wurde gerettet. Ich mache jetzt was anderes. Oh yeah, save the world. Wir hatten gerade ein... Wir haben kein Tin-Bronzezeug mehr. Nee. Ich habe hier noch zwei Tin-Dust am Mann. Die schmeiße ich mal hier rein. Aber das wird unser Problem nicht lösen. Ey, jetzt brauchen wir eine fucking Assembling-Maschine oder was? Oh Mann, 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 oh Mann. Hier unten ist noch... Nee, Ferris-Ohr. Was kommt denn aus dem Ferris-Ohr? Kommt da nicht... Also wir haben hier drei Blocks of Iron. Die könnten wir auseinandernehmen und wieder Dings kriegen. Hier ist ein Nether-Tin-Ohr. Auch nicht so viel. Ja, aber was macht man denn Tin? Ich dachte, Tin bauen wir doch ab oder nicht? Nee, aus dem Ohr. Richtig. Aus Tin-Ohr. Aus Tin-Ohr. Und da ist ein Nether-Tin-Ohr irgendwo. Ja, ich weiß aber. Sollen wir die Ohrs alle in eine reinnehmen? Ja, also hier sind jetzt auf jeden Fall... Oh, das finde ich gut. Das finde ich gut. Hier ganz hinten sind die... Da sind die, genau. Ohren und Barren. Und da ist doch ganz viel Tin. 32. Wo ist Tin? Wo ist Tin natürlich? Ich habe ganz viel Tin. Ich habe 40 Tin. Und ganz viel Copper. Oberste Reihe. Ich habe 40 Tin. Ja, ich brauche jede Menge gerade. Beziehungsweise ich brauche 8 mal 3 sind... Ich glaube, das reicht nicht. Oh Mann, Leute. Hat jemand noch ein bisschen Copper? Nee. Bisschen. 13. Oh, danke. Ich komme gleich wieder zurück. Reicht das? Ja, das reicht. Danke. Das nervt mich. Wir brauchen eine Quarry. Ja, ich... Wir wollen den Druck ja nicht erhöhen, aber... Ich habe keine Ahnung. Ich kann jetzt auch nicht in die Wiki gucken. Es ist ein Leid... Oh, kann ich doch. Warte mal. Du kannst doch halt tappen, oder? Bei Minecraft... Ja, aber ich will ja jetzt nicht... Hopp, ey. Hopp, ey. Oh Mist, ich brauche noch mehr Tin. Also ich verballere auch gerade ordentlich Materialien, aber ich würde mich auch anbieten, nochmal runter zu gehen. Ich gehe jetzt auf jeden Fall nochmal runter, weil ich habe die Schnauze gestrichen. Ohne, ist das falsch. H2O. Wasser. Ich würde nur vorher gerne nochmal was... Ich brauche Empty Cells, Leute. Jetzt, ich glaube, langsam fange ich an zu stehen. Empty Cells habe ich gemacht. Die müssen irgendwie... Ja, zwei Stück, aber die habe ich für was anderes geklaut schon, um dich zu fragen. So, ich bin mal weg. Tschüss. Ich brauche... Sind das Empty Cells? Ich weiß, das können wir auch aufmachen, aber ich will das nicht mehr aufmachen, weil wir brauchen es jetzt. Das hat keinen Zweck, es muss jemanden. Ich möchte immer einen besseren Gang nach unten und überhaupt und sowieso... Wir können uns auch einfach... Und, weißt du, was du machen kannst, Hanni? Du kannst einfach in unseren Keller ein Loch im Boden machen und da nochmal ein neues Tunnelsystem für unsere Mining Turtles anlegen, weißt du? Da müssen wir nicht immer so weit laufen. Jetzt nicht ganz sauber gespielt, aber ich meine, wir spielen hier eh nicht sauber. Spielen dreckig, die Straßen. Da steht hier mitten vor der Tür einfach eine Workbench. Eigentlich. Vor der Tür? Äh, die brauchte ich, um da drüben das zu machen. Ich mach's schon weg. So, und ich brauch... Hat jemand zwei Glas? Hab ich zwei Glas? Ja, Glas sind unten. Ist irgendwo... Ach ja, irgendwo anders, weil ja jetzt alles anders... Sollen wir so eine Art Baumaterialienkiste machen aus einer, wo dann Glas und die ganzen und dann... Ja, ja, ich wollte das jetzt nur nicht während der Aufnahme machen. Ich dachte, ich mach das so mal auf. Äh, ist gut. Ich sag einfach mal... Warte mal, was war das hier? Du musst langsam... Ja. Weißt du, wie man Wasser da rein tut in den Elektrolyser? Auch nicht, ne? Mit einer Water... Ich darf jetzt nicht gucken, sonst bricht meine Aufnahme ab. Warte mal. Usage. Can we work... Left Input Slot is for cells and right is for dusts. Also, der linke Input Slot, da müssen Wasserzellen rein. Und rechts muss dann der Dust. Naja, ganz links die Zelle, mitten in der Mitte der Dust und ganz rechts steht bei mir in der Wiki H2O. Da muss was... Da muss ne Kühlung ran, oder was? Ich versteh, ich versteh. Aber wenn du das... Die Vermutung hast, dann bau die bitte weit weg. Man müsste die rauspuppen, man müsste halt Wasser da reinpuppen. Das geht so nicht, Leute. Es kann nicht sein, dass man für ne Query so krasse Sachen machen muss. Es kann fucking... Ich... Entschuldigung, dass ich mich jetzt ein bisschen aufrege? Ich guck jetzt nach. Aber... Speed the beast. Wieso find ich nicht mal die Query? Wie schreibt man Schatten? Ich bin doch doof. Mit Q. Ja, ja. Hier sind noch Empty Cells. Da musst du doch... Gut, dann brauchst du auch ein Liquid Transpose dafür, um das Wasser erstmal... mal da reinzukriegen, oder? Ja, und das ist mir jetzt alles viel zu stressig. Und das kann einfach nicht sein. Ne, jetzt mal ohne Shit. Ja. Shit. Und äh... Why you not look before so Aufnahme? Ja, ich hatte mich halt eigentlich, dachte ich, vorbereitet. Okay, das ist ja nicht so schwierig. Wir brauchen... Aber wir haben doch die... Ach so, aus der Diamond Drill. Wir brauchen eine Diamond Drill. Das ist das Problem. Und wir brauchen dafür Titanium Ingots. Und Titanium Ingots kann ich einfach nicht finden, wie man die fucking macht. Warum brauchst du dafür Titanium? Äh... Wow, wow. Oh, oh. Und jetzt findest du raus, dass du es viel einfacher machen kannst. Du kannst auch Aluminium Ingots nehmen. Äh, Aluminium Plating. Warte mal. Ach so. Worry. Ich verstehe. So, dafür... Das hier. Ich mein, das wär jetzt natürlich sehr interessant, wenn man da auch ne Diamond Pickaxe reintun könnte. Aber... Anstelle eines Drills. Weil es geht auch... In anderen Modpacks ist das so. Probier's aus. Oh shit, ich hab ein Iron Gear zu wenig. Iron Gear ist irgendwo bei uns zu Hause da. Und ist ja auch überschaubar schwierig. Aber wo ist denn jetzt gerade das Problem, bei welcher Sache? Pass auf. Hast du die Query aufgemacht? Ja, ja, ich hab die Query aufgemacht. Bist du mit dem Mund auch weit genug vom Mikrofon jetzt weg? Ja, ich bin... Okay. Ich bin gerade so nah an den Monitor gerückt. Wenn du auf Diamond Drill drückst, dann siehst du rechts und links von dem Advanced Circuit Titanium Plate. Ja, seh ich. Und das ist das große Problem, weil wir Titanium Ingots einfach nicht produzieren können. Außer vielleicht aus Advanced Plating. Das wär aber ultra teuer. Boah, ist das teuer. Und wir bräuchten dafür Goldnuggets und die haben wir nicht. Nee, wir könnten auch... Nee, warte mal. Unnuggets können wir easy. Nee, man kann auch Silber, Inget und Copper Cable nehmen. Dann ist das jetzt der letzte Schritt, den ich probiere. Oder wir müssen es halt anders machen. Jetzt ist die Frage, wer hat die unisolated... Das muss ich jetzt mal unsere Lagertante fragen. Du, Hanni. Ja? Weißt du noch? Oh, ich hab sie. Alles gut. Ja, die sind in der... Hast du sie? Okay. Ich hab sie. Dann brauchen wir für das Wiring, okay. Für das Wiring. Für das Wiring brauchen wir Silver Ingots. Silver we have in the... Over here. Silver, yes. Warum bin ich jetzt nochmal runtergegangen? Was brauchen wir? Oh Mann. Silver Ingrids. Yes, yes. Ich glaube Copper, Tin und sowas in der Richtung. Die ganze... War das sowas? Warum ich mich jetzt vertrauen? Ich glaube, ich vertrauen. Ich glaube, hier lang. Oh mein Gott, ist das weit weg. Nee, Pfeifen. Pfeifen ist... Pfeifen macht man nicht. Verboten am Set. Ja, Pfeifen ist... Ah! Zack. Da kommt schon die Strafe auf den Fuß. Ja, aber ich hab doch gar nicht gepfiffen. Mallo. Mitgehangen, mitgefangen. Ja, so sieht's aus. Sagt ihr eigentlich mitgehangen, mitgefangen oder mitgefangen, mitgehangen? Mitgefangen, mitgehangen. Der Spruch ist ja, wenn du irgendwo dabei bist, obwohl du damit gar nichts zu tun hast, hast du trotzdem gelitten. Ja, aber viele sagen das auch andersrum, weil wenn du mit denen rumhängst, dann wirst du auch mitgefangen. Da hab ich einen Tipp. Das kann natürlich auch sein. Das einfach nie sagen. Einfach den Ausdruck vermeiden. Na gut. Das hast du schön gesagt. So, jetzt fehlt natürlich sechs Diamanten. Ne, fünf. Äh, ich hab natürlich keinen. Ah, ich glaube dir jetzt, ist mir scheißegal. Ich frag noch nicht mal nach. Nimm sie dir. Hat irgendjemand noch eine Sterling-Machine gebaut zufällig, die da rumliegt? Immer diese Blauäugigkeit. Herrlich, ehrlich. Herrlich, ehrlich. So, warte mal, ups. Wie sieht eigentlich Tin aus, wenn man es abbauen möchte? Das sieht aus wie Diamanten, nur sind die Dinger halt weiß und nicht gläulich. Äh, ach so, jetzt, oh man. Wenige große Punkte im Weiß. Milzpalm. Shade crafting. Okay. Oh, hier ist ja ganz viel Stone. Aber ich brauch doch... Oh, nee. Wollt ihr mich verarschen? Oh, Koblé. Wollt ihr mich fucking... Fuck. Dieses Ding lügt mich einfach permanent an. Das ist doch scheiße. Kann ich hier das machen vielleicht? Lagt. Oh, was hab ich denn da? Ist das Iron oder Stone? Leute. Ja? Wenn man auf die Diamond Drill drückt und dann auf die Titanium Plate und dann auf Titanium Ingot, dann zeigt er dir an, dass du bei Shapecrafting aus einem Advanced Plating fünf Titanium Ingots machen kannst. Das stimmt aber gar nicht. So, aus, äh, Drill, äh, 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 was brauchst du? Das Plating, Titanium, okay, ich hab's. Äh, Bending Machine. Äh, ich bin, ich weiß nicht, was du meinst. Wenn du auf das Titanium Ingot drückst, nee, Quatsch, doch, auf das Titanium Ingot, dann zeigt er dir an, dass du das machen kannst, indem du... Aus einem Advanced Plate. Genau, und den hab ich jetzt gebastelt. Wenn ich den aber in der Workbench einfach irgendwo reinlege, dann mach ich daraus wieder fünf Diamanten. Und habe damit auch das Wiring umsonst gebaut, weil das auf Flöten geht dann. Hm. Ich bin so sauer mittlerweile. Ja. Ich, ich weiß es auch nicht. Ihr glaubt es einfach nicht. Oh Gott. Da müssen uns die Leute in den Kommentaren helfen. Tiny Pile of Titanium. What the fuck? Wie? Ja. 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 Hä? Genau das. Das ist einfach nicht möglich. Oh, ich hab ein bisschen viel. Oh, Aluminium. Hab ich das gemacht? Ich brauch's nicht. Hat irgendjemand von euch Aluminium gemacht? Dann hab ich Aluminium gemacht. Ich weiß aber nicht mehr, warum. Ach ja, ich weiß. Bestimmt. Ich baue jetzt auch, ja genau, ich baue jetzt eh was anderes. Ich werde für die nächste Folge nochmal recherchieren, ja. Also da werde ich nochmal nachgucken, aber jetzt, äh. Jetzt ist erstmal der Ofen aus. Nee, nee, nee. Jetzt ist kacke Arschsalat, sag ich euch. Assembling Machine wollte ich bauen sowas. Das ist Silber, ja. Das ist Eisen. Assembling Machine. Ist das auch irgendwas? Hab ich genug Holz? Okay, baue ich doch nicht. Willst du nicht, äh, ne Workbench bauen? No. Ja. Was, was übersichtlich. Ja, aber farm, das beruhigt zwischendurch. Ja, das stimmt allerdings. Wie mach ich normale Miniminkets? Hallo, kleiner Mann. Hallo, hallo. Kann ich jetzt? Ja. Oh, jetzt bringe ich über den gleichen Witz. Ja, stimmt, hab ich auch. Okay, egal. Der hat letztens gesehen und dachte mir, alter. Alter. Hast du letztens gesehen? Diesen Witz. Ich hab doch letztes Mal reingeguckt irgendwo. Hat er Janisch mitgekriegt. Äh, was wollte ich bauen? Sterling Machine. Jetzt hab ich wieder vergessen, was ich da machen muss. Jetzt. War nicht vorher rechts ab? Die andere tat. Keiner. Was denn jetzt? Hab ich noch? Hab ich? Ich hab Hunger. Hab ich? Ich hab Hunger. So. Arbeit, Arbeit. Oh mein Gott. Hier war doch irgendwo eine Abbiegung. Warum sammelt das doch mal auf? Wie oft man immer so sagt, ne? Diesen Modpack dauert eh alles ewig. Es ist alles viel zu teuer. Ich will Moon Quest spielen. Ups. Ich will, ich will. Ja, das können die Leute aber gerne sagen. Wir sind immer bereit, hier auch nochmal ein anderes Modpack zu spielen. Wenn die Leute lieber Moon Quest sehen wollen. Oder Vanilla. Moon Quest. Oder Vanilla. Ich bin hier schon alleine. Oder Schoko. Ja, das, ne? Könnt ihr immer gerne in die Kommentare schreiben. Wobei ich find so langsam, also na gut, die Quarry versprechen wir jetzt schon relativ lange, aber vielleicht. Oh, wir auch mit einer Scheiß. So. Oh, warte mal. Die Cell. Pizza. 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 Pizza? Pizza? Oh, ich hab auch. Oh, Pizza. Ich hab auch jetzt ein bisschen Hunger. Wieso haben wir eigentlich immer Hunger, wenn wir aufnehmen? Äh, das, ich mein, das Ding ist, äh, die Folge ist eh vorbei und ich hab nichts geschafft. Ich hab nichts, ich hab gar nichts geschafft. Ich freu mich total, Leute. Yay. Ich bin da. Zu beworben ist nicht leid. Vielleicht war ja bei den anderen auf den Kanälen irgendwas Lustigeres, äh, unterwegs. Bei mir ist grad total. Ich hab nicht zugehört, weil ich so Rage habe. Vielleicht ist es ganz gut, wenn wir jetzt nochmal zusammenfassen, was jeder gemacht hat. Hanni, was machst du denn gerade? Oh mein Gott, ich sterbe. Oh. Ähm, okay. Scheiße. Und ich baue die Bienen. Nein, jetzt, jetzt bin ich auch noch... Tschüss. Tschüss.